So Büros herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute testen wir mal das 13 Himmelsstürmer von Funke. Ein 13-teiliges Raketensortiment mit auch 13 verschiedenen Effekten. Das Design ist auch wieder richtig geil von den Raketen. Ist ja das größte was Funke gemacht hat bis jetzt. Hat aber auch einen stolzen Preis von ungefähr 40 Euro. Hier könnt ihr nochmal die Effekte einzeln sehen. Aber das steht dann auch einzeln auf den Raketen drauf. Die Raketen haben wieder 20 Gramm NEM, also pro Stück. Wir haben nur 62 Gramm, also 20 Gramm pro Rakete. Auch hier ist wieder so ein Abschlussröhrchen dabei. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf die Raketen. Im Test sah das ja wirklich sehr geil aus von Funke. Natürlich ein oder andere Effekt war es nicht ganz so toll, aber ich denke wir sollten trotzdem ganz überzeugen. Und ich würde sagen, ihr seid jetzt gleich draußen beim Test. Und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So jetzt hier das 13 Himmelsstürmer von Funke. Und los geht es jetzt hier mit der Blinkweite Rot-Blau. Dann Treckerpalme Rot-Blinker. Weiß Blinker Magnesium Rot. So jetzt geht es jetzt hier mit der Blinkweite Rot-Blau. Dann Polybrot. Rot-Blau. So dann geht es jetzt hier weiter mit der Lila-Gelb-Blimmer. Dann die Brokatbunt. Goldregen mit Silberspitzen. Jetzt Sheet Goldregen. Gold, Palme, Gelb, Limo. Brokat, Palme, Grünblinkung. So, dann als vorletztes die Corolla Blau. Und als letztes jetzt hier die Gold Regenblaue. Also wirklich sehr geile Raketen, aber auch zu einem stolzen Preis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.